und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmbausteinbaus heute mal wieder mit einem set von wange und zwar intercity bus die 5971 den double deck tour bus 456 steine haben wir in diesem set und es ist ab 6 plus geeignet laut der verpackung man bekommt dieses set für 20 bis 25 euro es handelt sich dabei und schwer zu erkennen um einen doppeldecker bus die box ist absolut design neutral dasselbe gilt für die rückseite bei der wir den bus einfach noch einmal aus einer anderen perspektive sehen die seiten sind nicht gerade die spannendsten da gibt es keine neuen informationen außer auf der rechten seite wo noch mal die warnhinweise stehen dass hier kleinteile drin sind und man das ganze eben verschlucken könnte auf der unterseite haben wir zumindest dann noch einmal die maße und zwar ist das set am ende circa 29 zentimeter lang 8,5 zentimeter breit und 17,2 zentimeter hoch wie gesagt es gibt nicht allzu viele interessante sachen die wir jetzt auf der packung sehen aber es gibt ja wenn man vor allem chinesisch in andere sprachen übersetzt doch hin und wieder mal ganz lustige übersetzungsfehler wie in diesem fall ins englische und zwar haben wir den text can exercise the following abilities of baby also man kann damit einfach fähigkeiten trainieren aber das wird baby ist doch etwas komisch in diesem kontext und ich habe extra noch mal recherchiert denn ich war mir jetzt nicht zu 100 prozent sicher ob baby im englischen dieselbe aussage hat wie wir es im deutschen verwenden und deshalb habe ich extra noch mal auf verschiedenen wörterbüchern zum beispiel auf dem cambridge dictionary nachgeschaut und dort ist baby definiert als ein sehr sehr junges kind was im speziellen noch nicht laufen oder sprechen kann wie soll ich mir das ganze jetzt vorstellen jetzt sei endlich ruhig und lerne durch das klember stein set das räumliche sehen und feinmotorik ok aber davon abgesehen machen wir das ganze doch mal auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an der erste punkt der mich leider oftmals bei wange stört ist in diesem fall wieder die verpackungsgröße wir haben hier 456 steine und es sind jetzt auch nicht unbedingt nur riesige steine und die verpackung ist viel viel zu groß für die paar steine die dort drin sind also ein drittel der verpackung hätte gereicht und wäre wahrscheinlich immer noch so dass dort einiges an luft in der packung wäre das ist richtig richtig doof und einfach nur platz und ressourcenverschwendung wenn wir uns dann die anleitung anschauen ist diese tatsächlich gebunden wir haben relativ dünnes papier und die anleitung ist für meinen geschmack auch wirklich groß geraten und auch etwas unnötig groß geraten für die abbildungsgröße die dann in der anleitung zu finden ist wange typisch wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt und wir haben insgesamt 13 seiten mit sticker kleben bis das ganze hier fertig ist wir haben hier auch eine teile liste ihr könnt euch das video gerne anhalten wenn euch das ganze noch näher interessiert und dann haben wir noch ein plakat dabei ok es ist leider das dicker bogen und bei dem habe ich leider mal wieder bei wange ein richtig richtig schlechtes gefühl denn ich glaube dass das genauso wie bei dem lkw den wir uns hier schon zusammen angeschaut haben hier wieder über sehr sehr viele steine geklebt wird das finden wir aber natürlich im laufe der review raus in diesem fall werde ich die sticker auch aufkleben obwohl ich es echt nicht gut finde aber die sticker werden hier bei diesem bus auch das bild sehr bestimmen und ich werde euch in diesem fall den bus einmal ohne und einmal mit sticker zeigen ich bin auf jeden fall sehr gespannt was mich hier erwartet und dementsprechend fange ich an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem 14 bauschritt wieder und das ist der bauschritt bei dem wir das erste deck fertig gebaut haben und im nächsten bauschritt würden wir das ganze dann mit steinchen überbauen also finde ich ein guter zeitpunkt um hier mal einen kleinen cut zu machen und darüber zu reden was mir das set bisher gegeben hat und das hat mir bisher sehr 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 gemischte gefühle gegeben das fängt schon bei der steinequalität an die steinequalität ist vom verbauen in ordnung oder akzeptabel könnte man es vielleicht auch nennen aber halt leider nicht gut wir haben hier eine sehr sehr schwankende klemmkraft und auch eine sehr sehr schwankende verbaubarkeit ich habe das gefühl dass umso größer der stein wird umso besser wird die klemmkraft und wenn wir dann wirklich ganz große steine haben dass dann die klemmkraft sogar zu hoch wird bei den ganz kleinen steinen also einer bricks einer plates einer teils die runden trends teile für die scheinwerfer zum beispiel die haben eine klemmkraft die wirklich zu wünschen übrig lässt und die etwas größeren steine haben dann teilweise eine klemmkraft die zu hoch ist und wo sich das verbauen schon fast störrisch anfühlt das finde ich sehr sehr schade also allein von dem gesichtspunkt kann man hier auf jeden fall noch viel rausholen der nächste punkt ist dass wir beim grün und beim weiß was die dominanten farben in diesem set sind leider wirklich sehr starke farbabweichungen haben und auch die steine an sich schon recht zerkratzt und mitgenommen wirken dasselbe gilt leider auch für die scheiben die leicht schwarz getönt sind einige kratzer abbekommen haben aber vor allem auch milchig wirken also da lässt die steinequalität wirklich zu wünschen übrig und das ganze geht weiter denn wir haben auch solche krassen ausreißer hier wie diese scheibe bei der wir direkt einen fehlguss haben und meiner meinung nach muss so etwas in der qualitätskontrolle eigentlich auffallen der stein scheint zwar noch verbaubar zu sein aber das ist einfach keine gute steinequalität ich habe bei wangesets ja sowieso öfter mal leichte probleme mit der steinequalität gehabt aber bis hierhin ist die steinequalität von allen wangesets die ich bis hierhin gebaut habe wirklich die schlechteste das finde ich sehr schade weil mir die grundkonstruktion eigentlich ganz gut gefällt auf das eigentlich gehen wir aber auch gleich noch ein ich mag es wie wir in dem bus hier zum beispiel die treppen dargestellt haben und auch diesen typischen bereich vom busfahrer ich finde das haben sie sehr gut getroffen und es ist für diesen maßstab wirklich schön dargestellt ich mag es auch dass wir hier wirklich türen haben die wir öffnen können und bei den türen auch die kraft wirklich gut ist so dass wir das schütteln können in einer einstellung wie wir möchten und die türen bleiben entweder zu oder eben offen das ist zum bespielen natürlich sehr praktisch und auch wenn natürlich das ganze hier sehr einfach ausgearbeitet ist finde ich erkennt man alles in dem bus auch die idee dass wir hinten eine klappe haben die wir richtig öffnen können wo wir dann einen gepäck raum haben wo wir dann je nach busausführung vielleicht eine art gepäck raum haben oder den motorraum finde ich sehr schön für einen motorraum wäre es natürlich etwas leer dort drin was mir aber bei der konstruktion jetzt schon bauchschmerzen bereitet ist dass wir in der front so wie es aussieht keine scheibe verbaut haben und das ist dann der punkt an dem ich sagen muss hier ist ein formteil pflicht oder ich kann das set nicht rausbringen denn ich kann hier nicht noch extra getönte scheiben einbauen um eine bestimmte optik zu erzielen und dann sagen ja ob dann in der fronten scheibe drin ist ist doch eigentlich egal also das geht so meiner meinung nach nicht bis hierhin also zusammengefasst die grundstruktur und die grundidee von dem bus gefällt mir sehr sehr gut bei der umsetzung habe ich aber doch die ein oder anderen bedenken ich hoffe natürlich dass das set diese bedenken vielleicht noch ausmerzt und ich am ende sage hey ich habe mich gehört das ist ein richtig richtig cooles set und dementsprechend baue ich jetzt auch weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen bus wieder und damit ist der wange double deck tour bus die 5971 auch schon fertig und ich bin leider wirklich wirklich enttäuscht von diesem set das fängt bei einer steinequalität an die wirklich nur schwer zu ertragen war ich habe im zwischenbauschritt schon einiges dazu gesagt da sagte ich noch sie ist in ordnung aber gerade wenn man hier oben dann noch ein paar komplexere in anführungszeichen bautechniken umsetzen wollte hat man die schwächen noch mal sehr viel mehr aufgezeigt bekommen und selbst jetzt wo das ganze irgendwie zusammen gefriemelt ist sieht man hier verschiedene spalten maße die nicht wirklich passen weil wahrscheinlich da zu hohe toleranzen sind die klemmkraft die nicht mal dafür ausreicht um hier mit einem winkel das ganze abzuwinkeln ohne dass es fast auseinander fällt und eigentlich so so viele stellen an dem bus wo man nur einmal drücken muss und es fällt sofort etwas ab das finde ich sehr schade und daran ändert es auch nichts dass wir dann hier noch alles mit stickern voll klatschen und diese sticker auch über super viele teile klatschen denn das ist keine lösung aber wenn man ganz zynisch ist könnte man behaupten die sticker sind das beste am set denn die sticker machen das set wenigstens etwas stabil und generell hat das set für mich so eine ausstrahlung von es war eigentlich eine interessante grundidee da aber umsetzen konnten sie es nicht das liegt auch aber nicht nur an den steinen trotzdem möchte ich kurz noch etwas positives sagen und das war die anleitung denn die anleitung hat alles in allem 24 bauschritte bis das ganze fertig gebaut ist und das zeigt schon dass hier wirklich viele steine pro bauschritt verbaut werden wenn wir in dem set insgesamt 456 steinchen haben das hat mir vom tempo sehr gut gefallen und auch viel besser gefallen als diese setze hier einen stein anleitungen die es zum beispiel beim marktführer gibt da sind wir aber auch vom positiven teil leider schon durch ich werde die sticker wie gesagt für euch auch in diesem fall noch aufkleben und werde wenn wir dann gleich was aussehen reden dort immer mal ein paar bilder einstreuen aber die sticker werden das aussehen jetzt auch nicht zu 100 prozent rausreißen wir haben in dem set schon an sich einige logik löcher das krasseste logik loch meiner meinung nach ist wie gesagt dass wir hier die getönten scheiben haben auch hier die getönten türen drin haben und dann vorn einfach nichts wir haben weder oben noch unten eine scheibe drin auch oben haben wir seitlich keine scheiben drin aber das hätte ich noch verkraften können denn wenn wir gerade über einen touribus reden dann ist das durchaus möglich dass das hier oben luftig gehalten ist aber den bus einfach hier ohne frontscheibe raus zu bringen das spricht meiner meinung nach nicht für die qualität und da ist einfach zu wenig liebe rein geflossen denn da hätte es irgendwie eine lösung geben müssen die besser ist als das was sie uns dann hier geboten wurde weitere logik löcher haben wir zum beispiel bei der positionierung der türen ich weiß nicht ob die macher hier dachten es handle sich um einen zug und sie müssen noch einen bahnsteig von der höhe ausgleichen aber das ist halt kein zug und die türen fangen hier viel zu weit oben an zumindest vom optischen erscheinungsbild denn das ist wahrscheinlich ein tuning bus oder ich weiß nicht wie ich mir das sonst erklären soll dass dieser bus unten so einen millimeter modenfreiheit ungefähr hat also ich habe vorhin mal bei der werkstatt meines vertrauens angerufen und gefragt welche tuning federn hier verbaut sind und ob diese eigentlich eintragungsfrei oder eintragungspflichtig sind beziehungsweise ob sie überhaupt legal sind weil alle achtung also wenn wir hier über einen marienkäfer fahren ist er allein wegen der bodenfreiheit wahrscheinlich tot und diese sachen ziehen sich leider durch das ganze set durch und wenn wir dann noch die schlechte teile qualität dazu haben die ich ja schon angesprochen habe dann ist das einfach zu wenig und das geht generell aussehensmäßig auch weiter ich finde allein durch die scheiben sieht der bus von vorn nicht wirklich schön aus unterstützt wird das noch durch die meiner meinung nach sehr hässlichen spiegel und spiegelhalterungen die schönheitsoffensive wird dann auch noch dadurch gestört dass wir den übergang diese leichte schräge von dem ersten abteil zu dem oberen abteil hier meiner meinung nach sehr sehr schlecht hinbekommen haben und das doch eine sehr luftige und wackelige angelegenheit ist und durch die vorhin angesprochene bodenfreiheits- und türenproblematik passt das ganze leider auch seitlich nicht wirklich von hinten ist es jetzt nicht die schönheit aber trotzdem wahrscheinlich noch wenn man das so nennen kann die schokoladen seite des busses und auf dem dach haben sie wohl das mindeste gemacht aber da hätte ich mir eindeutig noch ein paar mehr fließen gewünscht von der konstruktionsqualität und dem endaussehen wirkt das ganze so ein wenig wie ein lego set von 1990 und überzeugt mich deshalb auch aus diesem grund nicht und wenn das einzige wirklich positive an diesem set die sticker sind die das set am ende zusammenhalten und die dann eigentlich auch blöd sind weil die über so viele steine geklebt werden und die anleitung die mir hier persönlich besser gefällt als die von anderen konkurrenten dann ist das sehr wenig und wenn wir dann die contra liste anschauen die ewig lang ist also eigentlich alles andere steine qualität aussehen konstruktionsqualität keine bespielbarkeit weil egal wo man das set irgendwo anfasst es fällt eigentlich etwas ab oder ist kurz vorm abfallen dann bekommt dieser double decker bus von mir leider natürlich keine kaufempfehlung ich finde es immer sehr sehr schade wenn ein video vom grundtenor so negativ ist aber ich muss euch ja trotzdem die wahrheit über so ein set erzählen sonst kann man sich so eine review auch sparen wenn ich euch das jetzt schön rede sehr sehr schade aber ich schaue mir auch noch ein paar wange architecture sets an und hoffe dass mich diese sets etwas mehr überzeugen eine kleine info vom zukunfts valley brick ich habe die sticker ja aufgeklebt und natürlich kann ich die absolut nicht empfehlen wenn ihr wieso auch immer zu den leuten gehört die sich nach diesem video dieses set unbedingt kaufen wollen dann lasst die sticker weg diese stickers sind eine komplette farce es sind billige transparenz sticker unter denen man jedes staubkorn und jede luftblase sofort erkennt sie sind lächerlich groß und man kann am ende den halben bus nicht mehr auseinander bauen weil diese riesen sticker über so viele teile gehen also wange hat es geschafft bei den stickern fehlen mir echt die worte wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley brick